Ey Schatzi, Bock auf ein kleines Rätsel? Rätsel! Pass auf, solltest du verlieren, habe ich unten im Keller drei volle Wäschekörbe mit schmutziger Wäsche stehen. Solltest du aber gewinnen, tanke ich dir eine Woche dein Moped voll. Da bin ich dabei. Okay, ich schieße los. Was kann einmal in der Minute, zweimal im Moment und niemals in 1000 Jahren entdeckt werden? Pff, Dinosaurier, oder wat, wat, du verarschst mich, quatsch, keine Ahnung. Och, du Idiot, das M. Tschüss!